Also der ist vom Jungen da, der hat er auseinandergenommen, die Rubbelwelle. Und der ist von mir da. Der ist von der Tür gewesen, ja genau. Der ist verdammt krass geworden. Der ist mega schön mit dieser Lagierung. So flip-flop-mässig, weißt du? Der ist immer in einer anderen Farbe, wenn du siehst. Am Sonne, dunkel, ja. Der Auspuff ist sehr original. Der ist von dir gewesen, ja. Der ist auch von mir. Ah ja, die geile Feder, die ist sehr schön angebracht. Das ist geil gewesen. Wirklich, es geht mit Federn innen durchgespritzt. Ein goldiges Goldstück geworden. Wenn wir den jetzt so verkaufen, möchtet er über 2000 Franken bringen, oder? Verkauf er nichts. Verkauf er natürlich. Verkauf den nicht! Nein, nein, nein. Der? Der ist auch so schön. Ah, das ist jetzt absolut, das ist die geilste Farbe. Haben wir das Auto gehabt in dieser Farbe. Da ist mal aus dem Motor drin, 85³, oder? Ja, wo? Ja, genau. Spezielle Luftfilter. Aber es ist wie neu, wie zum Laden raus. Jedes Teil auseinander genommen. Alles, alles. Wie schnell läuft der? Also, im Prinzip sollte der Motor bis unter 20 bringen. Das ist der grüne, wo die Felge kaputt ist. Ist das der? Ja, genau. Der ist auch von mir, oder? Der ist auch von dir, genau. Ja, genau. Das ist gerade dem. Da habe ich auch alles geändert. Gerade dem Töffli. Mhm. Wow. Das sieht bei dem Buch aus. Ja, gell? Das wollte ich jetzt auch sagen. Das Buch-Boxi. Pocket-Bike. Und was hast du da noch? Und dann habe ich den Mix noch von dir dort. Der Mix, der Weisse. Was ist der Mix? Ah, der Mix, ja. Der Weisse, genau. Auch das Lämpchen, hätte man es mitnehmen sollen. Das ist schwierig. Also wirklich zum Teil zu finden. Aber zum Glück ist alles noch gut da. Ja, der ist wirklich noch ein gutes Weg. Und jetzt bin ich am Piagessi dran. Oh, das fällt mir der Rame. Ja, da fällt der Rame. Echt, also noch. Also der Rame ist komplett. Piagessi, die bringe ich immer noch. Ja? Ja, ja. Die finde ich schon. Du kannst zwei Rame kaufen, wie es aussieht. Du kannst vorgehen, oder? Alles verrostet. Alles verlochen. Ja, ja. Und das Original. Ich habe, glaube ich, kein Foto vom Original. Das war's. Das war's. Das war's, weißt. Aber jetzt. Benzin. Also da. Alles verrostet. Ja, ja. Das ist die heikle Stelle dort bei den Piazza. Um gerne vorzugehen, oder? Nein, das ist ja eine uregeile Garage. Du hast richtig professionelle Ausrüstung. Du kannst alles machen. Ja, das ist meine Hobbywerke. Schleifen. Bohren. Alle Teile. Ja, das ist ein schönes Hobby. Ich liebe das. Ich hätte auch noch gute Werkstatt. Ich sollte auch wieder mal etwas machen. Aber ich komme ja zu nichts. Ja, verstehe. Er nimmt jeden Motor auseinander. Jeden Steilchen. Genau, weisst du. Schafi, nach einer Woche nennen, ob ich Protektor, weisst du. Ja, und die Familie sehe ich nien, oder? Ja, ja, ja. Aber der ist sehr schön von der Fahrer. »갑sch«. » ==ابht va'' » Vielen Dank.